So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde. Ich spiele jetzt mal Medic. Wie schön, dass du angesagt hast, dass du aufnimmst. Ja, ich nehme auf. Ja, ich wollte nämlich ja auch, also... Achso, zu spät, dann musst du jetzt auch... Ja, sonst ist zu spät, jetzt sind wir schon in der Aufnahme. Achso, okay, gut. Also, auch bei Karten hallo und herzlich willkommen. Läuft. Chichi. Leute. Gegen wen spielen wir jetzt? Gegen E-E-Evolorino. Nein, das ist Volvo. Ich bin nicht Valve. Okay, jetzt dann behalte ich eigentlich meinen Heid. Hätte man gegen Lox gespielt, hätte ich den anderen genommen. Echt? Ich habe gar keine Blitzkanone mitgekriegt bei dir. Ja, nee, das ist mir erst jetzt eingefallen, dass ich eigentlich den anderen hätte nehmen sollen bei dir. Achso. Wir spielen mit E-E-E. Also, es ist... Oh, der ist aber auch sehr cool, ja. Äh, was? Bin ich jetzt nicht rausgekommen. Hast du dir denn eine Frage gespielt? Ja, ich habe die erste Nacht noch ein bisschen am Leben. Das ist ein Video. Was für ein Tipp. Bleib am Leben, Madic. Das ist super geil. Auf zu fressen. Das gefällt dir. Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Jedenfalls ist das hier nicht langweilig. Das sicher nicht. Sind diesmal alle da? Ja. Bist du nicht fest? Bist du nicht festzulassen? So, dahin. Ungeschickt, das Monster. Verrät uns seine Position. Ich dachte gerade zuerst, hast du das Monster gezogen. Lauf dich. Suchst du uns. Irgendwo rechts. Hier ist ein Mutant. Ich finde es ja eigentlich komisch, dass das... Find es ja komisch, dass das Monster den Aspen aussteht. Ja, aber nicht. Ja. Wir sind halt nicht alles. Ah, scheiße. Pflanze. Pflanze. Wow. Danke. Das war ganz schön knapp, mein Lieber. Hier ist es. Ist es hier unbedingt? Vögel in der Luft. Vögel in der Luft. Das Fee sieht nicht besonders gut, oder? Nein, nein, nein. Nichts. Nein, nein, nein. Ich habe eine Falle vorbereitet. Ich muss nachzudenken. Okay, nehmen wieder die Medi-Pistole. Erwischt. Das ist der Kuch erwischt. Oh, besser. Total ist das. Okay. Das ist vertraffend für dich. Feuer auf den Punkt konzentrieren, gell? Oh, das istverstanden. Aber ich bin einfach. Ich bin richtig zu viel. Oh, ich hab mich jetzt hier in mir. Oh, das ist der Kuch. Oh, das ist der Kuch. Oh, das ist der Kuch. Harpunen fallen bereit! Was? Geh, du bist halt außer Automation. Da ist er! Ah, hab ihn! Komm, 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 komm! Und los geht's! Es geht los! Ich sehe das Kiech! Da hinten! Oh Gott! Okay. Oh Gott! Los Stacy, such! Such ihr! Ich glaube, ich freu dich hier! Alles okay? Keine Sorgen! Du hast es! Oh Gott! Wo war's? Oh Gott! Ich hab's nicht viel zugegriffen. Ich hab's nicht mehr zugegriffen. Jaaa... Das ist schon wieder zu zweit. Das hält sie so. Ich bin grad gar nicht hinterher. Das hat nichts mir vorher. Dann ist es schon weg leer. Da hab ich schon 37% schneller laden. Jaaa... Daisy, lass das nicht. Daisy, lass das nicht schmieren. Ich hab' keinen Kaffee. Ich hab' keinen Kaffee. Ach so. Der ist halt um, Mann. Falle gelegt! Oh, okay, cool. Ich hab' keinen Schlag aus der Seele. Ich wohne. Ja, schon da bin ich. Ich hab' keinen Schlag aus der Seele. Ja, ich war auch keine Ahnung. Kilometer weit der Kaffee und hab' dich direkt kaum gesehen. Ich hab' keinen Kaffee und keinen Schlag. Das war kurz. Neun Minuten. Nehmen wir halt noch einen hinterher auf. Rekan als Monster. Kannste noch mal probieren. Direkt in der Folge. Ja, machen wir weiter. Direkt als Anschluss. Schauen wir an den Druck halt. Bisschen? Aber diesmal Slops dabei. Ey. Der packt so fiese Tricks aus. Wär ich? Wieso? Was für fiese Tricks? Lass mich bei Soul spielen. Nein, ich glaub' ich bleib' beim Medic. Nein, ich glaub' ich bleib' beim Medic. Nein, mein Medic! Ja gut, dann... Ejo, du kannst doch super spielen. Wir sind ja auch noch on the flight. Ja, dann spiel' ich Assault. Okay. Dann geb' ich den Kaden halt auf die Mütze. Dann nehm' ich Medic. Außer Mütze. Äh, ist okay. Gut. Ui, ich glaub' ich besser mit der Seppah. Tadab. Wie können sie überspringen natürlich? Nee. Jetzt könnte man irgendwo Voten, könnte man das mal. Und das... Die Map. Nee, überspringen. Ja, dann kannst du die Map überspringen. Auf dem Voten. Mehr nicht. Achso. Wir könnten mal den neuen Spielmodus ausprobieren. Es gibt noch kein Spielmodus. Geht nicht auf PC. Oh. Neue Spielmodus. Dafür bräuchten wir eine, äh, Xbox oder eine Playstation. Ja, man kann es auch lassen. Stimmt, man kann es auch einfach lassen. Ja. Äh, okay. Eine Xbox oder eine Playstation brauche ich schon. Verwertungsanlage. Habe ich nicht sogar dort gegen euch gespielt gehabt letztes Mal? Kann sein. Die Surrendung... Die Surrendering Plane. Genau, die Surrendering Plane. Welches Monster will mir denn heute? Ach komm. Gegen ihn will ich mal backen. Kannst du deinen Kopf wegstecken? Schmeiß mit dem Kopf nach oben. Schmeiß mit dem Kopf nach oben. So, ich bin fertig. So, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Ich bin jetzt schon nervös. Erstmal, erst mal in die Luft zu reißen. Er hat die YouTuber-Kräfte. Er wird uns ja schön an. Ich hab, ich hab auch YouTube-Kräfte. Es sind noch nicht so viele, aber ich hab dafür die fieseren Tricks. Er hat die geheimen YouTube-Kräfte. Die Macht ist stark, indem er nur in der Paragon. Ah ne, falsches Spiel. Oh, neues Video. Nein, nein, nein. Mitze das Links-Gewehr, um richtig auszuteilen. Die Blitze können auch auf nachgehende Gegner überspringen. Blitzminen eignen sich gut für Hinterhalte und den Nahkampf. Verdeck jedoch einige Sekunden, bis sie scharf sind. Das Strom-Gewehr ist große Entfernung, sehr effektiv. Mit dem persönlichen Schieß kannst du als Effort länger im Kampf bleiben. Warte, bis dich das Monster angreift und aktiviere ihn dadurch. Und dann um kurzzeitig unverwundet zu werden. Hallia! Kann das anders mit meinem Kampf bleiben? Ja, ja. So! Mach auf! Warum zappelst du denn so rum? Oh, juckt nur! Ist nichts! Der Anzug macht das Kratzen schwierig. Ich werfe mich jetzt an irgendein Fels und kratze mich jetzt mal. So! Stimmt, wir haben ja diesmal keine Daisy dabei, ne? Nein! Wir machen es jetzt genauso, wir reden jetzt auch nicht so viel. Aber wieso? Ich krieg schon nicht so viel, ne? Genau! Ja! 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 Ich habe mich schon gesehen. Ja, ich habe mich schon gesehen. Ja, ich kann es doch ruhig sagen. Ja, Herr Köntler. Oh, ich will nichts! Zu mir! Alles wird gut! Wo ist es dir? Hinter dir! Geht mal weiter. Seht so im Einsatz! Max! Jo! Kann man aber aufstehen, oder? Ich weiß! Also bei mir lagts grad irgendwie, oder? Achso, nee, hab ich wusste, das ist halt 10! Warum das eigentlich keiner in seiner Nähe so mal zu fragen? Ich bin der Nähe, aber du bist dann alles gut zu tun! Ich musste grad Lockseil, wenn er ein Tod war! Was ist das für mich? Was ist hier? Nicht alleine angreifen! Egal, was du tun! Ich denk dir so! Oh, ich hab ihn gefunden! Hallo, Chase! Braucht jemand einen Nachschlag? Ja! Ja! Vergesst doch zu maten, ne? Er ist hier! Leute, oder? Feuer! Ich bin der Sensor zerstör! Los! Ich bin der Support! Minen bereit! Shield fast weg! Shield ist weg! Echt? Wenn diese Kreaturen hier häufiger vorkommen, verstehe ich auch, warum sie uns brauchen! Ja! Goblet hat uns angehört! Und jeden bekannten Jäger der Galaxias! Jetzt wissen wir warum! Oh, fuck! Jetzt komm ich da nicht rauf! Scheiße! Jetpack! Ein Safe-Messager! Gute ab! Ich lick dich zusammen! Setze Aufklärungstuhl rein! Was? Ach, Sota wieder! Ich lauf so hinter Val her und dann sieht man so Geiler Arsch! Das ist schon ne Frau, oder? Wir sehen so stinkaus! Ja! Ich werfe die Falle! Warte nicht! Riffin, bilde ich mir das mal ein, oder werden die Kreaturen schlauer? Der Krache scheint schlauer zu sein als der Goliath. Ist wahrscheinlich unsere Schuld! Unsere Schuld? Ja! Diese Dinge fassen sich immer so an, dass sie gewinnen können! Als sie hier aufgetaucht sind, waren wir das Gefährlichste! Menschen! Wir sind schlau! Das macht uns gefährlich! Also werden sie immer schlauer! Wie... Wie schlau können sie noch werden, frage ich mich! Oben! Rufe! Ah! Vielen h lively! Eh, Mann! Wachen wir diese Monster hier an Sie jedenfalls kühnenlexer 에le Efehlen! Hier ist der göttenschmeck, ne? Wir haben nicht gesehen, ob ich... Es ist doch schon neu. Ja! Ja, aber die Menschheit hat so lange nicht gesiedelt. Da glaubst du die zum Ende. Nur immer die hier. Das könnte ja auch sein, dass das irgendwie ohne intelligente Ergierende lassen macht. Hab ich auch gegessen. Sagen, so oder so hat er sie gegessen. Hat er keine Ahnung. Oh. So, Zeit. Warum kann ich eigentlich einen Roboter mit meinem Heilstrahl heilen? Oh, ich bin ein Mensch welcher. Das ist schwierig. Garten? Ja. Komm raus. Wollte ich mit dem Spiel? Nein. Wir wollen dich töten. Dann nicht. Dann bin ich nicht weg. Ich bin nicht. Nicht nur wir wollen. Davor mit dir fang ich. Dann. Also stecken und fangen wir noch die ganze Zeit. Ne, wir stecken. Wir fangen uns nicht. Das ist auch richtig. Ja, das ist auch richtig. Wir fangen uns nicht auf. Böden. Wir fangen uns immer wieder. Wir fangen uns mehr raus. Wir fangen uns an zu. Wir fangen uns an. Und jetzt? Ich wusste es, hier bei mir. Ich muss gerade noch leuchten sehen. Ja. Ah, ich wusste nicht, was da da drin ist. Oh, ist das nicht. Komm her, komm her, Süße. Weiter. Ah, das ist der Nächste. Aufrag, Arno! Der Goyant ist direkt hier! Ah! Hilfe! Feuer! Zurück! Welten! Metrods, du willst das Nächste sein? Ja, ja. Oh, das ist der Nächste. Ach, das ist der Nächste. Oh, da war's. Ah, da war's. Ja! Oh, da war's. Oh, da war's. Echt? Und die anderen beiden. Oh, da war's. Oh, da war's. Oh, da war's. Oh, da war's. Albino! Hinter euch, ihr müsst aufpassen, der schlägt auch nur noch. Oh, da war's. Oh, da war's. Oh, da war's. Oh, da war's. Scheiß, Markov. Ich muss nur Lassen genug durchhalten, bis die Verstärkung kommt. Ja, ja. Verlehn' ich's mehr machen. Hey, mate. Was ist besser? I am banned. Markov ist zurück. Markov ist zurück. Markov returns. Ja, das ist voll süß. Oh, da muss ich nicht mehr zu halten. Oh, da war's. Du bist auf dem Rund, oder? Du bist auf dem Rund, oder? Ich hab's nicht nicht mehr... Oh, da war's nicht mehr zu. Ich hab's nicht mehr zu. Vögel! Ich seh dich. Sammeln wir uns mal bitte Auch stark Was ist dein Leben? Was hast du hier für Roboter stehen? Wir brauchen einen neuen Taschenrechner Wehe die Pistole vollständig aufgeladen Technologie ist was Feines, wie fühlt ihr euch Leute? Verkackten Seine Okay Mein Baby, das stimmt Jetzt halt fliegen wir nicht Deine Warnschuhe Sensoren online Bereit? Nehme das Betäubungskubier Bis zu dir Es war ganz schön knapp mein Lieber Ja Ha 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 Ich bin ein Überrasch Abgammel Schild Schild ist dort Das war's mit seinen Fahrzeuge Gleich auf die Kehle Bäh! Volltreibann Medizin Schilder vollständig ausgeladen Der Medikator ist weg. Ich kann das nicht ewig machen! Das Monster ist frei! Wie ist das Jetpack so schnell leer? Noah war das gestern, oder? Noah. Ja, guck mal. Wo seid ihr? Ja, das ist ein Geist. Ja, das ist ein Geist. Das ist auch der Schleicht hier irgendwo rum. Nee, der schleicht sich doch nicht. Für den Vögel kann man sich nicht verstecken! Schild oben! Markov ist okay. Plätze wie die Liga! Schild schwindet! Brand gefahren! Wir sind durch die Wandflung! Wunderbar! Ja, nee! Schmeiß den mit nem Stein nach mir! Wolltest du noch mehr? Safe Guard! Oben bleibt hier! Gott! Hau bloß ab! Hau bloß ab! Ja, du musst ihn immer nur einmal ganz kurz anschießen, dann riecht die Animation ab! Nice! Wir sind da! Valerie Woltski ist am Boden! Puh! Verschwindet! Hast du schon einen Timer-Karten? Vögel! Nein! So, jetzt kommt er! Sensor aktiv! Sensor übertrákt! Noll! Shield aktiv! Mine lea! Schild bringt zusammen! Dann müssen wir sich wieder aufbauen! Dann müssen wir ihn aufbauen. Habt keinen Shield mehr! Oh, fuck. Wir haben gesagt, dass in manchen Flüchtlinge der Pansom vernichtet wurde. Wir sollten kurz aufpassen. Wir haben uns meine Türen. Er ist kaputt. Oh Gott! Oh Gott! Hinter ihn! Der hat mich gemischt! Io, hau ab! Du kriegst es nicht geheilt! Verstecken dich! Nur ein Verstecker! Es ist zu schwer, Will! Schieß auf ihn! Schieß auf ihn! Er ist am Relais! Schieß auf ihn! Schieß auf ihn! Oh, jetzt hau ab! Jetzt hau ab! Scheiße! Sniiiice! Oh, so knapp! So knapp! Es war halt gut zu wissen, dass ich mich alle nur einmal toten musste, damit ich komplett draufs... Der war heftig. Jo, das nächste Mal nimmst du dir das Leitbaut und wirfst ihn einfach nur rum. Ich hab nichts mehr schaden. Ich will es wegpratzen damit. So, boah, das Schleichen ist echt nicht schlecht. Hätt mich ja ewig nicht gefunden. Ich war ziemlich früh, hätte ich schon auf Stufe 2 können. Das hat man keinen richtigen Ort gefunden, die hat. Wenn ich das entdeckt habe, bitte. Ja, ich hab einfach 10.000 Schaden mit dem Schaden. Ich wurde gerade angeschrieben, das kann ich. Ich muss mal kurz gucken, wer mich angeschrieben hat. Na gut, dann sagen wir auch hier Tschüss und Wiedersehen. Genau, Tschüss. Tschüss.